So, da sind wir auch wieder zurück. Zweite Aufnahme, eben ist mir mal gerade Fortnite abgeschmiert, man kennt es. Nämlich, es geht um die Aufgabe, wäre Schaden mit einem Kingsman ab. Was ist damit gemeint? Genau, der Regenschirm. Das Problem ist einfach, in Solo-Matches ist es natürlich schwer, einen Gegner zu finden, der auf einen schießt und dann noch 200 Schaden abwehren. Regenschirme sind auch nicht gerade beliebt und werden auch nicht gerne benutzt. Ich zum Beispiel benutze ihn gar nicht. Deshalb, die beste Variante ist, im Datenregen zu spielen. Warum, werde ich euch jetzt ganz einfach zeigen. Im Datenregen gibt es hier oben im Slot, da ist er, mit Level 26. Ich habe natürlich genau die falsche Seite gelevelt. Ich spiele es aber auch derzeit nicht so viel. Am Anfang habe ich immer alles hochgelevelt, aber wie ihr seht, falsche Seite. Ansonsten wäre das easy in Datenregen gegangen. Deshalb werden wir das Ganze doch im Solo-Modus probieren. Aber wenn ihr im Datenregen schon soweit seid und habt auch genug Zeit, levelt einfach im Datenregen auf. Ihr werdet wahrscheinlich schneller damit sein, als im Solo-Modus oder im Team-Modus da irgendwie den Schirm zu finden. Oder beziehungsweise den Schaden abzuwehren. Ich denke mal, dass es... Mal gucken, wie wir es machen. Aber ich versuche jetzt einfach mein Glück mal im Solo-Modus, gehe zu den Spots, wo ich die meisten Kisten soweit finde. Ich hoffe, da fliegt keiner jetzt hinten, außer den Heli wegzuholen. Aber wir gucken einfach mal. Dann wundert euch nicht wegen dem Titel und dem Thumb-Mail. Ist kein Clickbait. Bei mir gibt es wirklich eine Skin-Verlosung. Wie und was müsst ihr da machen? Ganz einfach an alle meine Mitglieder verlose ich jedes Mal, wenn ich eine Solo-Runde gewinne. Zwischendurch bin ich halt natürlich auch Custom, keine Panik. Also, wenn ich einen Solo-Sieg gewinne, kommt direkt eine Verlosung im Chat, wo alle Mitglieder was schreiben müssen. Da lose ich dann einen draus aus mit dem Nightbot. Wird auch alles im Stream angezeigt. Und so bekommen die Leute dann ihren Skin. Dark Raptor zum Beispiel hat den ersten Skin bekommen. Grüße gehen auch da nochmal raus. Und so ist das halt ziemlich einfach. Weil so einfach ihr supportet mich, also supporte ich euch auch wieder zurück. Oh, Ping, 1A, 108er Ping, 130er Ping, damit lässt es spielen. So, wer sonst noch ein bisschen Support da lassen will, gerne ein Abo da lassen, Like da lassen, gerne noch Creator-Code eintragen. Und wer noch Bock hat, gerne auch auf Insta, wer da Bock hat mir zu schreiben, einfach reinhauen. Also keine Panik haben. Ich bin genauso ein Mensch wie ihr auch. Mach halt nur ein paar Videos, spiel ein bisschen Fortnite, mehr mach ich auch nicht. So, jetzt versuchen wir hier erstmal irgendwie diesen blöden Schirm zu finden. Boah Gott, diese FPS-Tops. Ich hoffe nachher, wenn ich noch ein Live-Team hinkriege heute, dass das dann nicht auch so ist. Weil das ist langsam echt nervig, diese FPS-Tops. Und ich hatte die schon so lange nicht mehr. Ich frage mich halt echt, ob es da dran liegt, dass ich... Ne. Direkt den Schirm. Ehre. So, jetzt muss ich nur noch einen Dulli finden, der auf mich schießt. Ich weiß gar nicht, ich kann das Ding auch Dings abhalten. Wie heißt's, ähm... Sag schon. Ah, Bazooka. Würde mich echt mal interessieren. Am besten einer, der dreimal mit dem Pfeil auf mich schießt. Ah, da, 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 so... So, so, so... So, das ist nur... Eigentlich bin ich schon mal ganz happy, weil den Schirm zu finden ist schon mal... Ist schon nice. So, das ist auch da. Da, 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 da... Am besten... Ah, warte mal. Wir haben doch noch unsere Dings. Ah, da unten ist einer. Fuck. Sorry. Hab nur laut gedacht. Wir haben ja unsere Agenten noch. So, und den Schirm benutzt ihr mit L2. So, klappt das oder nicht? Ich hoffe. Es klappt. Nein, jetzt ist mein Schirm kaputt. Aber es hat funktioniert. Easy clap. Oh. Kuko wird mich lieben. Was für einen Skin habe ich weggeholt? Richtig. Aha. Hallo, Mieze Katze. Aha. Ehre, ehre, ehre. Das schmeckt. Das schmeckt. Aura Skin weggeholt. Plus noch die Katze. Plus Schirm gefunden. Beste Runde ever. Also so einfach kann es halt gehen. Also die Handklanger. Wenn ihr einen Schirm gefunden habt, geht zu den Handklangern. Ist mein... Also einfacher geht es nicht. Ihr habt es gerade gesehen. Einfach Schirme halten. Der hält auch nur... Ah? Hier ist jetzt die Schatzkarte. Fällt sie weg. Fällt sie weg. Aha. Zur Yacht. Hä? Warte mal. Das ist doch nicht die Yacht. Warum schickst du... Hä? Das ist doch die Schatzkarte von der Yacht. Yacht-Schlüsselkarte. Ah ja. Allerechte. Die Logik muss ich jetzt auch nicht verstehen, oder? Oder bin ich jetzt gerade ein bisschen lost? Eigentlich müsste auch hier jetzt die Truhe sein. Ich laufe da jetzt nicht bis zur Yacht. Vor allem der zeigt mir ja irgendwie eine ganz andere Richtung an. Und ja, ich wusste, dass die Katze hier ist. Aber ich dachte eigentlich, dass hier noch mehr sind. Nicht nur die Katze. Aber... Wurde wieder eines Besseren belehrt. Die Frage ist halt nur, was hatte der Gegner davor? Der war kurz da, dann ist er wieder weg. Hat er Angst gekriegt, oder wie? So... Aber wie gesagt, ich hoffe, ich konnte euch damit schon helfen. Wenn ja, gern ein Like da lassen. Abo da lassen. Ihr kennt es. Einfach auf Ehrenbruder Basis. So... Was mache ich jetzt noch hier? Ein bisschen Metzfarmen. 44 Leben noch. Und... Ich würde mal echt gerne wissen, welche Seite nehmt ihr? Nehmt ihr Shadow? Oder... Shadow? Oder? Ja... Manche kennen sie auf die andere Seite. Wir haben Shadow und... Ghost. Ich habe jetzt dauernd weit im Kopf gehabt. Gott, 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 Gott. Schande, Ulva, meine Haut. Wofür die Schatzkarte eigentlich hin? Die führt einen doch nicht dahin. Ich laufe jetzt einfach der Schatzkarte nach. Ich hoffe, ich werde nicht weggesnipet oder so. Aber wer das weiß, wo führt die Schatzkarte dann hin? Weil die zeigt ja dahin. Die Yacht ist doch hier oben. Da bin ich jetzt mal ganz irritiert. Ja, 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 ja. Ganz entspannt. Man kennt ihn. Ich bin schon so happy, dass ich das mit dem Schirm habe, ne? Weil mit dem Schirm habe ich echt gedacht, die Aufgabe wird anders nervig werden. So schlecht ist der Schirmherr dann doch nicht, ne? So, ist hier noch einer da oder nicht? Hallo, einer zu Hause? Oh, ehre. Warte, wo zeige die Karte jetzt hin? Ich verstehe. Bei der Karte komme ich gar nicht klar. Wo zeigt die denn hin? Wo zeige die denn hin? Ach, ehre. Hallo? Hallo? So nicht mein Freund. So nicht. So nicht mit mir. Warte, Karte gerade liegen lassen. Ganz schnell halten. Auf Feigling? Hinter der Ecke. Ich glaube, der Typ hat sich auch gedacht, hä? Wie hat denn das gemacht? Aber, es geht. So, schnell durchspammen. Zwei Kills sind schon wieder da, zack zack zack, nie rein, na gut, aber 125 Leben ist halt auch nicht viel, aber hat die so viel Durchschlagskraft oder hat die einfach so ein geiles Aim? Weil meinen Aim kennt ihr, ist nicht gerade das, ach da war doch eine Pump, wusste ich doch, Schatzkarte, Schatzkarte, ich will immer noch wissen, wo die Schatzkarte hinführt, geht, das lässt mir keine Ruhe, aber ihr könnt es mir 100 pro in die Kommentare schreiben. So, dann haben wir nämlich gleich, können wir dann die letzte Aufgabe machen und dann sind eigentlich die normalen Aufgaben schon wieder fertig und schreibt mal wirklich, sagt mal habt ihr wirklich schon alle Aufgaben fertig oder fehlt euch mal wieder eine, weil eine Aufgabe fehlt einem doch meistens, weil hier waren ja schon ein, zwei Aufgaben dabei, wo es wirklich auf Glück ankam. Vorhin jetzt schon Level 162, also 163 kann ich eigentlich halt easy werden. Kann ich damit bei The Agency aufnahmen? Weil wo kann die, wo soll die Karte sonst hinführen? So, dann gucken wir mal, wie ich hier noch weiterkomme, aber das war es erstmal mit dem Video, wie gesagt, ich hoffe ich konnte euch weiterhelfen, gerne ein Like da lassen, dann mache ich mich jetzt direkt fertig für die nächste Aufgabe und in dem Sinne, haut rein! 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 rein!